Wenn ich ein so ein Auto brauchen würde aus dieser Fahrzeugklasse und ich hätte kein Model 3, ich würde es schon kaufen. Ich würde mich gewöhnen an die Bedienung. Die Optik finde ich ja nicht schlecht. Ist ja ein schönes Auto. Also ist alles sehr, sehr gut. Gar keine Frage. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma Enercap. Mein Name ist Georg Iglinger und es soll nochmal ums Model 3 Facelift Project Highland gehen. Und zwar deswegen, weil ich offensichtlich ziemlich falsch verstanden wurde. Wahrscheinlich habe ich es auch etwas missverständlich ausgedrückt, aber das ist sicher nicht das einzige Problem. Wir haben ein Problem in der Debattenkultur und das will ich euch auch sagen, warum das so ist. Bleibt einfach dran, wenn euch das interessiert. Wenn nicht, dann schaltet jetzt weg und beklagt euch nicht über verlorengegangene Lebenszeit. Es ist eure Entscheidung, dieses Video zu schauen. Solche Vorwürfe kann ich manchmal in den Kommentaren lesen. Naja, okay. Wen es interessiert, der bleibt jetzt einfach dran. Ja, schön, dass es euch interessiert, was ich noch dazu zu sagen habe. Viele interessiert es ja glaube ich nicht mehr, aber sei es drum. Ist ja egal. Ich sage es trotzdem. Es ist wie gesagt, keiner gezwungen sich das anzusehen. Was allerdings gar nicht geht, ist, wenn jemand versucht, zumindest ich sage extra, versucht mich persönlich zu beleidigen in den Kommentaren. Versucht ihn deswegen, weil es kommt bei mir sowieso nicht an. Dafür habe ich eine viel zu dicke Haut und bin schon viel zu alt und speziell, wenn es irgendwie auf meine Größe oder so geht, kann ich nur lachen. In der Schule hätte das noch funktioniert, aber Leute, ich bin 50 und ich bin schon länger auf Social Media und YouTube unterwegs und da kann man mich nicht so leicht beleidigen. Dazu müsste ich die Person schon wirklich kennen, damit das funktioniert, aber nicht irgendjemand, der da so quasi anonym unten mitkommentiert, der kann da schreiben, was er will. Löschen tue ich das dann, wenn ich sehe, nicht wegen mir, sondern weil das einfach keine Art von Debattenkultur ist und da sehe ich momentan überhaupt das große Problem. Das kann ich daran ablesen, dass die Zahl der Likes, die entwickelt sich immer auf eine ganz bestimmte Art. Wenn ich ein Video neu rausbringe, kommen am Anfang relativ viele Likes. Das sind die extrem treuen Zuseher. Vielen Dank, von dieser Seite mal auch wieder hier erwähnt. Die pushen das Video, bevor sie es noch gesehen haben, indem sie einen Daumen nach oben geben. Dann nimmt das ab und das läuft dann so nach einer gewissen Zeit so ungefähr 5% Likes, also im Verhältnis zu den Klicks und dann wird das mit der Zeit noch mal weniger. Dieses Mal habe ich das beobachten können, dass das zuerst relativ niedrig war und dann hat das aber angezogen auf gut 10%. Es blieb relativ lang bei 10%, sogar einen ganzen Tag lang und das zeigt mir, dass es ziemlich viel Zustimmung gibt, aber wenn ich mir die Kommentare durchlese, dann sehe ich eher mehr Ablehnung und das zeigt wiederum, dass sich viele zwar identifizieren können mit dem, was ich da sage. Es gab nämlich auch viele Dislikes über ganz viele Daumen nach unten, aber viele wollen das nicht durch einen Kommentar zum Ausdruck bringen. Ganz einfach, weil sie vermeiden wollen, dass das in einem Streit endet und dass sie angegriffen werden. Und das macht die Tesla Community meiner Meinung nach nicht gerade sympathisch, wenn solche Fanatiker dabei sind, die dann jeden niederschreiben wollen und für blöd erklären, wenn er nicht ihrer Meinung ist. Und das habe ich ja mir jetzt auch aufgehalst mit meinem Video. Ich habe das früher schon mal mit einem Video über den Taikan gemacht, da habe ich auch ganz böse Kommentare geerntet. Ist mir im Grunde egal, ich bleibe trotzdem bei meiner Meinung. Man kann mich mit guten Argumenten überzeugen, aber sicher nicht mit Beschimpfungen. Und ja, also da haben wir ein echtes Problem und deswegen bitte ich natürlich immer alle sachlich zu bleiben und Geschmack ist meiner Meinung nach nicht verhandelbar. Das sieht jeder anders. Wir sollten bei den technischen Dingen bleiben. Aus meiner Sicht wichtiger, weil ich bin Techniker. Und deswegen will ich noch mal ganz kurz alles durcharbeiten. Es wird wahrscheinlich nicht kurz werden. Videos sind ja nicht gescriptet, aber ich versuche vier Punkte rauszunehmen. Und zwar ist es Technik, Komfort, Design und Bedienung. Und fangen wir gleich an bei der Technik. Ja, da hat sich vieles verändert, aber bei Tesla verändert sich sowieso ständig. Übrigens nochmal einen kleinen Disclaimer, bevor ich es vergesse. Ganz wichtig. Ich bin nach wie vor ein Fan der Marke. Das Gesamtpaket ist einfach unschlagbar, speziell auf Langstrecke. Und ich bin ein Fan der Fahrzeuge insgesamt. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich jedes Detail gut finde. Und das muss auch nicht jede Neuerung von mir als gut befunden werden. Nur weil ich habe nicht die rosa Brille auf. Ich bin nicht der Tesla Fanboy, der einfach alles gut findet, sondern mir gefällt das Gesamtpaket. Und ich finde auch, dass Tesla nach wie vor ziemlich führend ist. Das wollte ich nur mal vorweg schicken, weil ich glaube, das ist komplett falsch verstanden worden. Alle haben geglaubt, ich bin jetzt der Hater. Bin ich gar nicht. Sondern Kritik sollte auch immer konstruktiv sein. Und was Geschmack betrifft, da soll bitte jeder in eine eigene Schublade legen und gesondert betrachten. Bleiben wir mal bei den technischen Dingen. So, erste technische Sache wäre, dass man mehr Reichweite erreicht. Das ist angeblich 12%. Das soll angeblich durch die Aerodynamik möglich sein. Und das wird jetzt als technische Neuerung gefeiert. Liebe Leute, seid mir nicht böse, aber eine bessere Aerodynamik zu machen ist keine technische Frage, sondern eine Designfrage und eine Akzeptanzfrage des Marktes. Denn das beste aerodynamische Profil hat eine Tragfläche oder ein Tropfen. Und wenn wir die Autos so bauen, wird sie niemand kaufen. Deswegen müssen sie so angepasst werden vom Designer, dass sie fürs Auge noch so gefährlich sind, dass sie einerseits eine gute Aerodynamik haben, aber andererseits auch noch ansehnlich sind. Und das hat man natürlich mit der Front versucht umzusetzen, indem man sie glatter gemacht hat. Was ich persönlich für mich jetzt nicht als Fortschritt empfinde, sondern eher als Rückschritt. Mir gefiel die alte Front besser. Und wenn ihr nicht die Fotos vergleicht ohne Nummerntafeln, sondern mit Nummerntafeln und speziell den Blick aus dem Rückspiegel, dann werdet ihr feststellen, also ich zumindest, dass mir das alte Design besser gefällt als das neue. Und das neue ist mir zu viel Lucid und zu viel Kina. Okay, damit abgehakt. Das restliche Design, Felgen kann man tauschen und Innenraumdesign, sage ich noch was dazu. Aber das mal zum Thema Technik, gehen wir weiter. Wir sind ja eigentlich gerade beim Technik-Thema. Mehr Reichweite, der Antrieb verbessert sich auch laufend. Der Hairpin-Motor beispielsweise, der glaube ich im Weiteren ist jetzt mittlerweile schon länger serienmäßig, der ist deutlich besser. Und es gibt natürlich immer wieder Verbesserungen auch im Kühlsystem und so. Das bringt ja alles auch was zusätzlich. Dann das Fahrwerk ist technisch angeblich besser geworden. Das ist die Frage, ist das wirklich technisch besser oder ist es vom Komfort her besser? Und die andere Frage ist, ist das wirklich eine technische Weiterentwicklung? Denn man kann bessere Fahrwerke bauen. Das ist eine reine Kostenfrage, glaube ich. Es ist keine Kunst, ein besseres Fahrwerk einzubauen. Das ist einfach eine Kostenfrage. Wie viel darf das kosten? Und das ist generell, und da sind wir wieder beim Thema Tesla, was Tesla so gut macht. Es ist generell nicht die Schwierigkeit, ein gutes Auto zu bauen. Es ist schwierig, ein gutes Auto billig zu bauen, also billig zu produzieren. Das ist die Schwierigkeit dabei. Und das macht der Tesla so gut, indem sie sich ständig verbessern. Und auch wenn ihr jetzt ein Highland Model 3 kauft und in einem Jahr eins kauft, wird das auch nicht identisch sein. Auch das in einem Jahr wird wieder verbessert werden. Ganz sicher, weil das war immer so bei Tesla. Es gab immer laufende Verbesserungen. Es ist die Frage, ob ein besseres Fahrwerk wirklich eine technische Verbesserung ist oder ob man da einfach jetzt mehr Wert drauf legt oder es komfortabler machen will. Das sind Entscheidungen, das steht sich ein bisschen gegenüber. Man kann es strafversportlicher machen und man kann es komfortabler machen. Beides ist sehr schwierig. Geht eigentlich nur mit dem aktiven Fahrwerk oder Luftfahrwerk. Da kann man beides unter den Hut bringen. Das ist ja auch der Grund, warum es das Zeug gibt. Aber das ist halt sehr teuer. Jetzt hat man halt ein Stahlfahrwerk, das besser ist. Okay, technische Entneuerung, das sei dahingestellt. Wo es technisch gar nicht besser wurde, ist die Ladeleistung. Und es tut mir leid. Hyundai und Kia Fahrer wissen jetzt, wovor ich rede. Das geht wirklich besser. War zwar vor sechs Jahren ganz top. 250 kW in der Spitze. Kurve flacht und relativ schnell ab. Kennen wir alles. Und ich habe kein Problem. Meist Zeit mit längeren Ladepausen. Aber manchmal wäre es nett, genauso schnell laden zu können wie so ein Kia und ein Hyundai. Hätte ich gern. Hat man nicht gemacht. Das wäre eine. Also dann würde ich jetzt auch in Jubelstimmung verfallen, wenn man da eine Ladekurve hätte. Sogar vielleicht noch besser als im Model S und X im aktuellen. Das wäre eine echte Innovation. Und mehr Reichweite kann ja auch von... Nein, es ist auch besser. Es ist die Effizienz besser geworden. Aber ich würde mal sagen, das liegt ein bisschen am Antrieb und ein bisschen an der Aerodynamik. Okay. Aber viel wichtiger aus meiner Sicht ist eigentlich die Ladeleistung. Weil die bringt mir auf Langstrecke einen echten Zeitgewinn. Und manchmal geht es doch eben um Zeit. Es sind nicht alle Langstreckenfahrten, Urlaubsfahrten. Okay. Technik. Ich würde sagen, kann man damit abschließen, dass es jetzt kein Performance-Modell gibt. Das ist eine eigene Geschichte. Ich glaube ja irgendwie nicht so recht, dass noch eins kommen wird. Kommentiert gerne unten mit, wenn ihr mehr wisst. Eins mit dem mit dem hinten, also mit dem Trim unter anderem hinten dual, weiß ich nicht, ob das überhaupt kommen wird. Das ultimative Fahrerlebnis gibt es immer nur in der Topklasse bei Tesla. Es gab immer Insane Mode, Ludicrous Mode, Plaid Mode. Gab es immer nur im teuersten und nicht weiter unten. Ja. Das sollte man sich schon erinnern. Deswegen bin ich jetzt etwas skeptisch. Und dass das jetzt nur mit 201 fährt, liegt einfach daran, dass man jetzt günstigere Reifen natürlich verbaut. Das ist eine Kostenfrage. Natürlich könnte das Auto das mit zwei Motoren und dem mit der Riesenleistung natürlich deutlich schneller als 200 fahren. Aber braucht doch eh kein Mensch. Ja. Niemand braucht das. Ja. Ist gut fürs Auto Quartett. Sag ich immer. Okay. Aber so insgesamt Technik. Der riesengroße Wurf, den sehe ich nicht. Den würde ich sehen in der Ladeleistung. Okay. Effizienz. Top. Ganz toll. War aber vorher schon auch toll. Muss man sagen. Ja. So. Design. Da kann man drüber streiten. Innenraum Design ist mir jetzt ein bisschen zu schlicht. Wirkte vorher schon sehr aufgeräumt. Ist noch immer sehr aufgeräumt und wirkt jetzt für mich ein bisschen billiger. Das Ambiente Licht. Könnte man sich theoretisch zum Beispiel Model Y nachrüsten. Sogar noch bei den Sitz und so weiter. Habe ich mich dagegen entschieden. Will ich nicht. Gefällt mir nicht. Habe gern indirektes Licht. Gefällt mir besser. Ist eine Geschmackssache. Belüftete Sitze. Ist das eine Designfrage oder eine Komfortfrage? Eigentlich eine Komfortfrage. Aber sagen wir es so. Das Innenraum Design ist jetzt nicht komplett eine Neuerfindung. Es war damals, als das Model 3 vor sechs Jahren oder mehr neu rauskam. Das war eine Neuerfindung mit dem großen horizontalen Screen, dem abgesetzten und dieses schlichte Armaturenbrett. Keine Lüftungsschlitze und Seite. Das war neu. Das ist ja jetzt nicht wirklich neu. Das ist halt ein bisschen eine Weiterentwicklung. Für mich nicht unbedingt in eine positive Richtung. Speziell die Türverkleidungen wirken mir jetzt in der weißen Variante. In der schwarzen geht es. In der weißen wirken mir die ein bisschen zu billig. Und das Armaturenbrett und so. Es ist ja nicht komplett anders. Und wie gesagt, das Ambiente Licht. Ich brauche es nicht. Aber dahingestellt kann ja jeder halten wie er will. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt aufdrehen würde. Hätte ich es. Müsste ich mal live erleben. Müsste ich selbst sehen. Okay. Sonst ist Design mäßig ja nicht so wahnsinnig viel neu. Das kann einem natürlich irrsinnig gefallen, weil das Alte nutzt sich optisch natürlich ab. Dann ist es schön, wenn mal etwas ein bisschen anders ist. Aber das ist ja normal, oder? Ich meine sowas brauche ich nicht feiern. So ein Design wird immer ein bisschen anders. Und das Auto ist ja sonst grundsätzlich gleich geblieben. Also so ein wirklich komplett. Alles anders ist ja auch wieder nicht. Aber es ist ja auch nur ein Facelift und kein neues Auto. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum man sich so überschlägt vor lauter Freude. Und das macht die Tesla-Fahrer meiner Meinung nach auch etwas unsympathisch, weil sie das auch mit so einer Vehemenz und einer Überheblichkeit vertreten, dass dann andere wirklich sagen, nein, Tesla kommt für mich nicht in Frage wegen dieser Community. Ja, das gibt es. Und da sollten sich vielleicht manche mal in den Spiegel schauen und fragen, ob sie nicht selber auch Teil dessen sind, weil sie Tesla so anders sehen als die anderen Autohersteller. Und das finde ich nicht gut. Und das kann auch nicht das Ziel sein. Ja, also meiner Sicht. So Technik, Design, Komfort. Ja, hat ja schon reingespielt auch beim Fahrwerk Komfort, Innenraum Komfort. Ja, bessere Akustikverglasung. Hat man mehr Geld investiert. Ja, ist auch nicht ganz neu. Und am Y kennen wir das offensichtlich auch ein bisschen Dämmung. Vielleicht hat man mal was gemacht. Schaut euch mein Model Y Video an über diese extremen Dämmmaßnahmen. Audio sage ich am Schluss noch was, weil das ist auch ein Audio-Dämmung, gehört zusammen. Und die Dämmung, ob da jetzt was reingekommen ist, das ist die Frage. Auf jeden Fall soll es besser sein. Besseres Glas ist toll, ganz großartig, aber ist auch jetzt kein, hat man einfach mehr Geld dort reingelegt. Ja, das kann man sich halt leisten, wenn man sonst bei der Produktion billiger wird. Und dort liegt eigentlich, die eigentliche Leistung von Tesla liegt darin, die Produktion so viel billiger zu machen, dass man jetzt auf einmal Doppelverglasung überall einbauen kann. Die kostet Geld, ja. Und das muss man ja irgendwo wieder reinholen. Und das ist die eigentliche Innovation. Aber das übersehen die meisten. Okay, und sonst Komfort. Ja, Sitzkomfort. Weiß ich nicht, ob der jetzt besser ist. Also glaube ich ziemlich gleich sein. Belüftete Sitz in einem Mittelklasse Wagen. Entschuldigung, das ist wirklich nichts Tolles. Ein Rollo fällt nach wie vor. Ich war dieses Jahr in Italien in der heißesten Zeit bis Rom gefahren. Nachträglich eingebaute Sohne. Das ist so wie ein Pop-up-Zelt mit einem Draht und oben reflektierend und unten einfach Textil. Plastikclips rein rein und es ist angenehmer beim Fahren. Kann ich euch versichern. Ein Rollo oben kommt in mein Model Y rein. Ist besser, was die Wärme von oben betrifft. Und das ist unangenehm. Und gleichzeitig ist es auch akustischen Vorteil. Sonst mehr Komfort weiß ich nicht. Also ja, ist eh kein schlechtes Auto. Also kann man ja nicht meckern. Speziell das sieht man ja am aktuellen Y. Und ich würde sagen, dass ist halt jetzt dann auch so ein bisschen in den Dreier reingeflossen. Und nur beim Y ist es halt jetzt kein Facelift. Aber alles was man halt da so Erkenntnissen gewonnen hat, das ist jetzt halt ins Facelift Model 3 reingeflossen. Ist auch gut so. So und jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt, aus meiner Sicht wirklich den wichtigsten Punkt. Das ist Bedienung, weil das Fahrzeug soll mich ja bequem von A nach B bringen und dazu soll es gut bedienbar sein. Und dass der Touchscreen jetzt responsiver ist und schneller reagiert, das interessiert mich ehrlich gesagt nicht, weil ich finde auch den alten unter Anfangszeichen top. Auch in meinem viereinhalb Jahre alten Auto funktioniert das immer noch state of the art und da können sich immer noch andere Autohersteller eine Scheibe davon abschneiden. Das haben die noch immer nicht so gut drauf. Bedienbarkeit ist, ein Tester ist sowieso so gut bedienbar wie kein anderes Auto. Ganz kurz nur, ich gehe zum Auto, steige ein, bremse, ich drücke den Hebel, habe die Fahrstufe D drinnen und fahre los. Viert 500 E meiner Frau, ich muss erstens mal, kann ich ab zwar ein Keyless System, muss aber einen, ist so einen kleinen Hebel unter dem Türgriff ziehen. Okay, das ist noch eine intuitive Bewegung, aber das dauert kurz, kurze Verzögerung, wo beim Tester ist auch oft eine Verzögerung drin, bis er den Schlüssel erkennt. Dann geht die Tür auf, dann steige ich ein, dann muss ich zweimal einen Startknopf drücken, einmal quasi Zündung, ein zweites Mal Fahrbereitschaft, Bremse, Drive und dann kann ich fahren, aber auch nur, wenn ich angegurtet bin, weil sonst muss ich manuell die Handbremse lösen, auch wenn ich nur rangieren will. Und das ist auch ein bisschen unpraktisch, dass ich wenigstens kurz rangieren kann, ohne mich anzugurten. Und beim Aussteigen habe ich das Ganze dann wieder umgekehrt, da muss ich erst wieder abschalten, damit der Fiat aus ist, dann aussteigen und dann muss ich noch auf einen Knopf drücken bei der Tür, damit das sich verriegelt. Beim Tesla steige ich einfach raus, gehe ich weg, die Scheiben gehen rauf, falls sie unten waren, sperrt sich von selber zu, Auto ist aus, Ende. So soll es eigentlich sein. Und das ist eins dieser Dinge, die machen den Tesla aus meiner Sicht immer noch einzigartig, weil das hat kein anderer, ich weiß nicht, ich glaube es ist die Angst, wenn man es kopiert, dann würde es überall heißen, ihr habt das nur kopiert, das ist euch nicht eingefallen. Ich weiß nicht, wann sie endlich soweit sein werden, die anderen, dass sie das umsetzen, genauso wie Tesla. Die Chinesen haben da weniger Scheu, etwas zu kopieren. Viele andere Autohersteller haben große Probleme damit, gute Sachen einfach nachzumachen. Best Practice nachmachen ist immer so, naja, das fällt vielen nicht so leicht. Okay, und jetzt sind wir bei der Bedienung und da finde ich einfach, es gibt, und ich wurde korrigiert, das heißt nicht Lenkstockhebel, sondern Lenkstockschalter, es tut mir leid, hat falschen Begriff verwendet, ihr wisst ja aber, was ich meine. Es gibt nichts Besseres, glaube ich, als diese Bedienung. Bei Tesla ist schon etwas, das mit der Bedienung des Scheibenwischers ist schon etwas hakelig und dann über das Display noch unten, aber es geht. Wenn jetzt aber diese Hebel wegfallen und ich muss alles am Lenkrad mit Tasten, die noch dazu nicht ertastbar sind, weil sie flat alles sind, bedienen, dann halte ich das nicht für einen Fortschritt. Man kann diese Lenkhebel, also diese Lenkstockschalter, glaube ich, nicht verbessern. Das ist einfach optimal und das war eigentlich früher immer top. Und jetzt muss man Fahrstufe wählen am Display, fürs Blinken drücken, dann würde ich mir wünschen, wenigstens einen dezidierten Taster auf einer Seite rechts, einen Linkstaster für den und nicht beide nebeneinander auf einer Seite. Und wenn das Lenkradverkehr drum gerade steht, weil ich im Kreisverkehr bin, dann könnte ich das Software konfigurierbar machen, will ich, dass die Tasten ihre Funktion behalten oder ist einfach die rechte Taster immer rechts und die linke Taster immer links. Könnte man eigentlich machen. Und nebeneinander Blödsinn, ja, und auch die ganze Bedienung mit diesen, mit diesen komischen Druckknöpfen, ich finde das nicht besser. Das war vorher deutlich besser und das werden auch viele Kunden sagen und Tester sagen und markieren, dass sie das nicht gut finden und dass das ein Killer-Kriterium, also das ist sicher, ganz sicher, für viele ein Killer-Kriterium. Beim Jog-Lenkrad verstehe ich das noch, weil da sind diese Hebel natürlich etwas seltsam im Weg, wenn das Jog so steht, also so aufrecht, dann steht auf der Seite der Hebel raus und das sieht komisch aus, ja, aber wenn ich ein kreisrundes Lenkrad habe, mehr oder weniger kreisrund, einen geschlossenen Kranz, dann ist das eigentlich unverständlich, außer es kommt dann irgendwann full self-driving und das Lenkrad kann verschwinden, aber das gibt es ja noch gar nicht, ja, also dann wären diese Hebel ein bisschen im Weg und dann könnte das tiefer verschwinden. Vielleicht ist das der Hintergrund, ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht, wem das eingefallen ist und ich bin schon damit gefahren, ich bin schon mit dem Model S, Plaid und Long Range, mit beidem schon gefahren, einmal mit dem Plaid und zweimal mit dem Long Range und ich fand es immer blöd und das Jog ist schon gewöhnungsbedürftig, speziell, also da brauche ich Drive-by-Wire, ja, weil das ist auch beim Einausparken, Rangieren, gerade beim Umdrehen und so, man greift ins Leere. Ich schwöre es euch, jeder, der euch sagt, nein, das passiert mir nicht, der lügt, ja, weil man ist das einfach gewöhnt, dieses geschlossene Lenkrad und man greift ins Leere und das ist gewöhnungsbedürftig, weil es geht aber irgendwie noch und ich meine, wenn ich das, wenn ich dieses Jog-Lenkrad habe, dann nehme ich das in Kauf und sage, okay, dann müssen es die Tasten sein, ging ein bisschen schlauer, aber wenn ich ein geschlossenes Lenkrad habe, es tut mir leid, ich verstehe es einfach nicht, ja, es ist ein echter Rückschritt und das muss ich kritisieren können und das werden ziemlich viele kritisieren, ja, dann gibt es noch zwei neue Farben, das ist auch so, das ist ganz nett, aber das ist auch keine Innovation, Entschuldigung, das ist eine neue Farbe, ja, da füllt man einfach eine, ja, es kommt darauf an, wie aufwendig, ja, das, natürlich, das ist das spezielle Rot aus Grünheide, das ist eine ganz intensive Farbe, sicher nicht lustig nachzulackieren und auch das Quicksilber, das Quicksilber sieht super cool aus, urschöne Farbe, ganz, ganz toll, muss man schon sagen, das ist schon eher Oberklasseniveau, was diesen Lack betrifft oder diese Lackiertechnik betrifft, also Hut ab, aber ja, okay, ob man das jetzt feiern muss, also gerade in der Elektroautoszene, glaube ich, müsste man was anderes feiern, aber es spielt ja keine Rolle, ja, so und jetzt bin ich schon fast am Schluss, jetzt geht es noch um die, also nicht Akustik, ja, Akustik auch irgendwo, natürlich Dämmmaßnahmen, aber es soll ja besser sein, müsste man mal reinschauen, bin ich schon sehr gespannt, ich hoffe, es findet sich jemand dann und fährt vielleicht zum Tibor und dann machen wir dann ein Video drüber, meldet euch, wenn ihr euer Model 3, euer neues Model 3 dann dämmen wollt, um es noch leiser zu kriegen, meldet euch, wir machen ein Videoprojekt draus und fahren wir zum Tibor Zenke nach Berndorf hier und der wird sich euer Fahrzeug richtig vornehmen und wird es auf ein Oberklasseniveau fast schon bringen, was Dämmung betrifft, also so knapp unter Oberklasse, das kann nämlich, das ist in meinem Model Y jetzt nämlich auch der Fall und dann würden wir nämlich sehen, wie es innen überall aussieht und das würden wir filmen und machen wir ein Videoprojekt draus, wenn ihr wollt, meldet euch einfach bei mir, info at enercap.at oder georg.giglinger at enercap.at. Ja und Audiosystem, da feiert man ja jetzt auch, dass da noch mehr, glaube ich 19 Lautsprecher drin sein sollen, das halte ich für ein ziemliches Marketinggetöns, weil ein gutes Audiosystem kommt mit 7 Lautsprechern aus, also ein Bass-Subwoofer und dann muss man, man braucht Bass-Lautsprecher, man braucht Mitte- und Hochtöner, da ist die Frage, ob man mit 2 auskommt und dann halt Stereo, dann sind sie entweder 4 plus 1 oder 5 oder 6 plus 1. Speziell dann, wenn man Livemusik hört, ist es einfach authentisch, wenn die Musik von vorne kommt und nicht von rundherum, so ist das einfach und generell mein persönlichen Empfinden, Musik wirkt immer authentischer mit Stereo als mit Surround, das ist kein Film mit 4.1, 7.1, was, ja Surround-Sound, Musik ist keine Sache von Surround, sondern muss von vorne kommen und dann muss das Klangbild immer so sein, dass man das Gefühl hat, der Ton kommt von dieser Ebene, auch wenn die Bass-Lautsprecher unten sind und die Hochtöner vielleicht irgendwo oben oder wie auch immer, die verteilt sind, eine gute Sound-Anlage bietet dir das Gefühl, dieser Ton kommt so aus dieser Höhe, so direkt Stereo zu dir, das ist guter Sound, dafür braucht man die Surround-Lautsprecher nicht und ihr könnt euch davon überzeugen, ich lade euch ein, kommt nach Hamm zur To Be Fair Community treffen oder kommt zum E-Cannonball im Park Fermé, könnt ihr euch mein Model Y mit der Sound-Anlage, die der Tibo eingebaut hat, anhören und ich werde, ihr könnt sicher sein, sie ist deutlich besser, okay, die kostet eine Stange Geld, ja, aber damit ihr mal so eine Referenz habt und ich will damit nicht sagen, dass das Sound-System im Tesla schlecht ist, aber ganz und gar nicht, das Sound-System im Tesla ist ziemlich geil, ja, und ich mag das und ich fand das von Anfang an im Model 3 ziemlich cool, aber seit ich jetzt das neue M-Y habe, merke ich halt schon, dass da ein gravierender Unterschied ist und was da eigentlich noch alles geht, aber es ist halt noch kostenmäßig, ein ganz anderes Level kann man nicht vergleichen, ich meine, ich habe einen riesen Subwoofer in der Kofferraum Mulde, unten drinnen, der ist voll damit, ja, und Lautsprecher sind getauscht, das ist ja alles neu, zwei fette Endstufen, DSB, ein Controller müsste jetzt auch schon drin sein, innen im, also das ist oberen Rückspiegel, dann gibt es auch noch so ein Controller, kann ich einiges umschalten, das ist aber gerade erst im Werden, das kann ich euch noch nicht sagen, wie das wirklich ist, Tibo hat gesagt, das ist geil, ähm, ich habe das Auto noch nicht wieder zurück und, ja, das ist, das geht anders, ja, ist okay und ob da jetzt 17 oder 19 oder 13 Lautsprecher drinnen sind, spielt meiner Meinung nach eigentlich überhaupt keine Rolle, ähm, es kommt auf andere Dinge an bei Audio, ja, das, ähm, macht Tesla aber gut, ja, wirklich ganz ehrlich, in der Preisklasse ist das ein Top-System, auch wenn die Komponenten, ich weiß was die Kosten, nicht teuer sind, aber man, das ist, ah, das ist es ja wieder, man muss mit billigen Komponenten ein gutes Ergebnis erzielen können, das ist die Kunst, mit teuren Ergebnissen, äh, mit teuren Komponenten tolle Ergebnisse zu erzielen, das kann fast jeder, aber mit günstigen Komponenten das zu machen, das kann nicht jeder, vor allem gleichbleibende Produktionsqualität, gerade bei Billigteilen ist das oft sehr schwierig, dass man da gleiche Qualität bekommt, also das ist die eigentliche, eigentliche Innovation am neuen Model 3, neu unter Anführungszeichen am Facelift Model 3 ist, dass man mehr bietet zum gleichen Preis, auf das kann man zusammenfassen, das ist die eigentliche Innovation, weil, ähm, normalerweise, naja, ist das immer auch, ich sag mal, bei vielen Autoherstellern ist das so, dass diese Facelifts immer bei den Volumenmodellen kommen, dort wo man sich sozusagen leisten kann, das zu verbessern, ja, oder es sind Verbesserungen, die jetzt nicht unbedingt zu mehr Kosten führen, sondern einfach nur die Optik abändern, um das neu aussehen zu lassen, aber eigentlich ist es gar nicht besser, so gesehen ist es natürlich ein besseres Facelift als in der klassischen Autoindustrie, vielleicht, ja, das ist auch sehr subjektiv natürlich, man hat einiges verbessert, aber, wie gesagt, man verbessert ja sowieso laufend und insofern, ja, es ist so eine Sache, wenn ich ein so Auto brauchen würde, aus dieser Fahrzeugklasse und ich hätte kein Model 3, ich würde es schon kaufen, ich würde mich gewöhnen an die Bedienung, die Optik finde ich ja nicht schlecht, ist ja ein schönes Auto, also ist alles sehr, sehr gut, gar keine Frage, aber man muss die Kirche im Dorf lassen und ich bin jetzt echt mal gespannt, wie das Cybertruck ist, wie der einschlägt, das ist ganz wichtig, wann jetzt endlich das Top-Level-Fahrzeug kommt, der Roadster, ja, apropos Roadster, der MG Roadster, auf den habe ich ein Auge geworfen, falls Sie ihn noch nicht alle gesehen haben, schaue ich den an, wer heißt der, ähm, C-EV, bescheuerte Name, ja, Cabrio-EV, das ist irgendwie, keine Ahnung, Convertible EV, ähm, aber es ist wirklich ein schönes Auto, aber wann kommt der Roadster, ja, wann kommt das kleinere Model 2 oder was auch immer, wie es heißen wird, wird es wahrscheinlich nicht heißen, aber, ähm, da würde ich jetzt echt auch mich, ähm, da würde ich jetzt auch ausflippen, wenn es dann soweit ist, äh, und natürlich, Cybertruck wird wahrscheinlich ja leider nie nach Europa kommen, mal schauen, ob der überhaupt jemals importierbar sein wird und wenn, dann wird es eine Lawine kosten, wenn das geht und ich kann es mir leisten, dann hätte ich schon gerne einen, aber, ja, gut, man kann auch ohne leben und freut mich, dass ihr jetzt so lange dran geblieben seid und ich hoffe auf respektvolle Kommentare, bin mir sicher, das kriegt jeder hin und danke fürs Zusehen, für eure Aufmerksamkeit und ihr müsst nicht meiner Meinung sein, ich freue mich trotzdem, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen, bis dahin, ciao. Bis dahin, ciao. Bis dahin, ciao. Bis dahin, ciao. – Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020